Moin und willkommen zum neuen Video des Gaming Boosters, oder ja der Gaming Booster Reihe. Heute Sweet On, kann man sehen, ich hoffe. Wassermelone Strawberry, also Wassermelone Erdbeer natürlich. 100% vegan, was schon mal nice ist. Momentan ist es auch so ein klein, ja, das klingt ein bisschen zu stark vielleicht. So ein klein Veggie, vegetarisch, vegan, hype, so mini, aber auch nur ganz wenig, aber schon mal nice. Sweet On, 45 Portionen, ist eigentlich eine Marke, die wir aus Zufall gefunden haben. Sagen, habe ich schon ein paar mal probiert, bin ich ehrlich, weil, war so eine große Packung, kann man, muss man ja mal was probieren. Und, ich bin gespannt. Problem ist immer, bei Wassermelone Erdbeer, beide Geschmäcker sind extrem schwierig hinzubekommen, in Pulverform. Ich finde, das sind die schwersten Sorten, die es gibt, die man machen kann, quasi, bis jetzt. Gucken wir uns dieses fucking Logo an, Alter. Ich liebe es, ich liebe dieses Logo, vom Design her. Auch der ganze Tube ist an sich ganz geil Design, mit so, ja... Was ist denn das? Rosa... Und blau... Ja, so rötlich. Hat schon was Nices. Wir gucken uns auf die Nährstoffe. Jetzt können wir auch auf Seite gleich gucken. Hab auch schon alles schon aufgebaut, natürlich wieder. Die Einblendung, wie es bewertet wird, habt ihr schon gesehen, natürlich. Und... Jetzt haben wir gehen auf die Seite, gucken uns da an, zwischen Media. Bis jetzt. Ich muss sagen, ich hab, glaube ich, drei, vier Portionen probiert. Könnten auch schon fünf gewesen sein. Die waren bis jetzt immer nice, die Wirkung auch. Ich bin gespannt, wenn man es bis ein paar mehr Stunden mehr testet. Und deswegen, wir gehen rein, auf die Webseite, los geht's. So, die Webseite ist an sich ganz schön aufgebaut, an sich. Wir haben ein paar Bilder hier. Wir haben Christmas Deals, passen zu einer natürlich. Zwei Tubes für 20 Euro, was extrem billig ist, muss man bedenken. Da haben wir Zertubes mit einem roten Shaker. 25. Und nochmal zwei Shaker, weiß und rot. Beides sind nicht geil, obwohl der weiß ein bisschen größer aussieht. Das kann man ein bisschen täuschen, muss man sagen. Kurz auf die Produkte. Gucken wir ganz kurz. Wollte ich sagen. Momentan haben sie nur die Sorte, leider. Ich bin gespannt, wenn mehr Sachen kommen, werden wir die auch testen. Ist ja klar. Wir gehen ganz kurz auf Sachen für die Innerstoffe, weil die sind natürlich wichtig heutzutage. Ich möchte keinen Mist zu sich nehmen. Vegan für Gamer erfrischend. Erfrischend ist es auf jeden Fall. Ich glaube, es war bei mir schnell da. Und das Info steht wieder Werbung oben drin. Werbung drinne, weil... Es ist so gesehen Werbung, weil Marken gezeigt werden. Deswegen war Werbung fertig aus. Konzept der Innerstoffe, da haben wir auf 10 Gramm in 500 Liter Wasser, also 2 Gramm Zucker. Quasi weniger als Holy. Akofin haben wir eindeutig mehr, muss man sagen. Und wenn wir bei knapp 200 Gramm, Milligramm Taurin, haben wir 530. Es soll ja wirken, es soll ja wach machen. Deswegen, also nicht, gar nicht so schlecht. Kalorien sind 128, nee 28 Kalorien, das war eine Kilo Newton. Das dürfte, ja, das ist schätze ich mal okay. Gucken kurz in die Bewertungen rein. Haben da geschrieben. Ja, es ist positives, nichts negatives. Keine 4 Sterne, nur 5 Sterne, okay. Ich glaube, man kann es auf die FLQ, was haben wir da, drinstehen. Warum? Und dann, der Preis ist schon günstig für eine. Normalfall. Ah, jetzt lebt es wieder. Äh, Tube. 25, also 26 ist schon billiger als die andere, muss man sagen. Bei, wie viel drinne? 450, ist ja schon billiger. Normalpreis ist immer so 30 aufwärts. Gucken wir ganz kurz rein. In Versand. Fastand ist wichtig. Bei mir kam es an, in Normann-Karton, relativ klein gehalten, was schon mal geil ist. Okay, fastand ist natürlich dabei. Keine Schweiz drin, ein bisschen schade. Aber ist okay. Aber ist okay. Ich hatte sich mal, wir haben schon mal extra zahlen müssen. Übrigens ist recht teurer. Na gut, Ausland. Ich hatte es erstmal nur auf Inland beschränkt. Gehen wir auf Twitter. Und da postet man auch einiges. Das ist gar nicht so schlecht, finde ich. Ich finde sowas immer nice, wenn man einiges postet. Team ist jetzt her. Ein Weepost von mir. Die sponsern auch ein Team, bin ich der Meinung. Oder haben Partner. Gucken wir ganz kurz rein. Es dürfte Asthenia sein. Gucken wir ganz kurz, was ist das für ein Team. Veloven, Fortnite, FIFA. Okay. Jetzt nicht so meine Games. Außer FIFA, höchstens. Okay, wenn wir das auch mein Game, aber. Da haben wir noch ein paar Dings hier. Irgendwie ein Fortnite-Spieler. Irgendwelche Influencer. Noch ein E-Sport-Team. Ein Content-Curator. Designer. Also man folgt einen Leuten, die man auch mit Partner ist. Was schon mal nice ist. Bin ich ehrlich. Sowas ist wichtig. Wir gehen auf Instagram drüber. Sagen, kleine Seite. Auch Zufall gefunden. Wirkt aus Zufall. Und. Komm, man kann sagen, wie man gefolgt hat. Auch ein paar Leuten. Die beiden Teams hat man auch. Also. Ja. Werden das schon. Teams sein. Die man Partner hat. Oder Sponsor auf jeden Fall. Die Fotos. Gar nicht so schlecht. Einfach. Das ist so wicked worden. Wie so. Also in Corona-Zeiten hat man sich so gedacht. Man hat mal eine Firma, wie einiges gemacht haben. Das haben wirklich einige gemacht. Das ist ja letztlich mal, dass sie das auch gemacht haben. Die Leute. Leider keine hier. Kein. Vielleicht irgendwo eine Geschichte. Man sieht leider. Anderthalb Jahre. Okay. Das ist leider keine Geschichte. Auch noch About Us. About Us. Vielleicht da. Anscheinend gibt es gerade nicht. Gleich anscheinend. Okay, schade. Äh. Ich würde sagen. Wir gehen jetzt in den Test. Ich will Wasser. Wir gucken, wie es sich auflöst. Chat type. Wies gut. Wir sehen uns gleich. Los geht's. So, wir sind da. Wir haben jetzt Wasser drin. 500 Milliliter. Ich weiß nicht. Ah, halbwegs. 500 Milliliter Wasser. Ja. So. Dann machen wir die Sache auf. Natürlich direkt ein Dreck. Ja. Ein Löffel dabei. 10 Gramm drin rein. Also. Ein Gehäufe. Der Löffel ungefähr dürfte es sein. Ab rein damit. Wir verschließen. Damit keine Feuchtigkeit reinkommt. Richtig. Dann Decke drauf. Und schütteln, wenn ich es sagen. Das Problem mit dem Checker ist, aber das Problem. Das richtig zu ist. Das richtig zu. Einmal machen wir so eine Minute. Aber wenn man beim Zocken abstellen wird, dann wird man automatisch fertig sein. Mit Milch wird es auch schon gerne. Auch schon was. Mit Milch. Kurz mit dem Korni herannehmen. Mit Milch geht es auch. Muss ich sagen, es ist ein bisschen viel Schaum da. Müssen wir kurz warten. So. So. Dann schauen wir wieder. Aber. Sieht man es. Es ist. Halt ist es rot. Ich mach mal kurz ein Glas. Dann sehen wir es gleich wieder. So. Glas ist da. So. Gucken ganz kurz. Ah. Ein bisschen schöne Muskel. Ein, zwei Chicken Pulver noch drin. Zweichen sogar. Schnell wieder hin. Zum Zocken gleich. Die Farbe ist halbwegs. Was ist es? Am Licht. Bei mir ist es viel geiler aus Unreal. Gerade ist das Problem. Ah. Die Farbe ist halt so ein schönes Rot. Und ein bisschen zu viel Licht hier. Schatz dich mal. So. Man kann halbwegs besser sehen, glaube ich. Ich muss echt sagen. Geschmack ist sehr gut. Wie schon erwähnt. Erdbeer und Wassermilion sind die beiden schwierigsten Sorten für mich herzukriegen. Als Pulver. Das ist sehr gut. Man muss sagen. Es schmeckt verdammt ähnlich wie beides. Natürlich sind Mischen aber schwierig raus schmecken. Was man jetzt mehr schmeckt. Was weniger. Bei solchen Mischen. Aber. Man schmeckt was raus. Also man schmeckt, dass beides drin ist. Und sehr gut drin ist. Gerade Wassermilion ist das Problem. Das kriegen einige Firmen nicht hin. Selbst. Erfahrene Firmen. Also. Firmen, die bekannt sind. Für Sirup-Sachen und sowas. Natürlich nur einmal pro Tag. Kämpft man. Hinweis. Nicht bis 21 Grad lagern und so. Kann natürlich Spuren von Gluten. Ei. Soja und Milch. Inklatoseinheiten natürlich. Ja. Können nicht ausschlassend werden. Okay. Äh. An sich. Geschmack. Sehr geil. Wirkung werden jetzt nicht testen. Ihr seht CSGO. Erst Deathmatch drei Runden. Dann eine Runde Faceit. In Premium Q. Vertigo. Seid gespannt. Ich bin's auch. Nach den Vertigo Runden. Erstes Fazit. Dann kommt A-Fax und Minecraft. Dann noch ein Endfazit. Sagen. CSGO. Es geht los. Viel Spaß euch. Ich bin's. Leute. Kleine Info. Die Deathmatch Runden sind leider nicht da. Leider hat das OBS ein paar Problems gehabt. Aber zur nächsten Folge sind die wieder da. Das sag ich euch. Kein Problem. Kurz wie wir gehen weiter. Die Vertigo Runden seht die beiden. Warum zwei Vertigo Kills nur. Er hat gleich im gleichen Clip. Euch noch viel Spaß. CSGO ist gar nicht gut gelaufen. Man muss sagen. Wir haben. Zwölf nur hinten gestanden. Haben wir aufgegeben. Ich hab zwei Kills. Ich hab absolut die Kürze. Und Plebs in die Runde bekommen. Dieses Matchmaking System. Auf fucking Face. Ist einfach so. Absolut disgusting. Kürzt mit Level 1 an 3er. Fucking Level 6er rein. An Faced Level. Das ist doch nicht der Ernst. For real. Ist okay. Wie gehen rein Apex. Bis jetzt. Die Wirkung ist da. Nur. Die Lumpy war nicht da. Glaube ich eher. Wie gehen rein Apex. Würde ich sagen. Drei Runden Du. Drei Runden. Hm. Ach ja. Wankt. Und dann sehen wir weiter. Danke zum Minecraft. Danach das Endfahrer zieht. Seid gespannt. Und jetzt seht ihr ein paar Apex Clips. Ich hoffe ein paar geile. Wie gehen rein. Los geht's. Ich hoffe ein paar Apex. Leute. Endfahrt sich geschrieben fast. Gucken wir kurz mal ein bisschen in Skywars mal rein. Apex nicht so ganz gut gelaufen muss man sagen. Aber es geht schlimmer. Nein. Okay. Loil. Alles klar. Danke dafür. Ah. Ab in die nächste Runde. Sonne Runde. Omega Lul. Nein. Das ist ja geil. Nein. Geht los. Reingehe jetzt in die Runde. Oh man. Ich hasse diese Map. Ich bin so kacke in dem Game. Auch ein Grund, warum das Game so kacke ist, finde ich. Weil ich kacke bin. Fertig aus. Komm ich rein. Nein. Viel Dank. Ein Ende Pearl. Noch mal ein paar Dings. Ein paar Kopfwebs. Not bad. Ist hier nur irgendwo einer? Da vorne ist noch einer. Wappen noch ein bisschen würde ich sagen. Das kann nur schief sein. Leute, es geht nur schief. Lass uns nicht, wie es ist. Top. Top Guys. Perfekt. Nächste Runde. Ja. Und sagen Skywars. Nicht so mein. Favorit, aber. Wir gehen rein. Weiter. Leute, es geht los. Wir gehen rein in die Runde. Ab geht's. So. Na, ja komm. Nix mehr drinne. Okay. Nice. Come on. Perfekt. Wichtig. Wichtig. Ich hätte auch vielleicht erst essen sollen, wenn es losgeht. Aber nicht. Ah, okay. Kann ich fastputschen? Ja, moin. Er hat mich direkt schon. GG. Top. Perfekt. Ich liebe es. Äh. Flash L. Ich würde sagen. Ich sage die Wertung. Oder ich sage die Wertung. Wir sehen uns jetzt gleich. So. Die Wertung haben wir jetzt, Leute. Ihr seht es eingeblendet. Und. Ja. Ich finde. Die Wirkung war. Sehr gut zu spüren. Also. Drei von sechs. Weil. Ich finde. Ging noch mehr. An Wirkung. Ich habe angefangen mit der Aufnahme. Früh um neun Uhr. Da war ja müde. Ich bin mittlerweile wach. Aber. Ich finde. Man hätte schon erwach sein können. Als Beispiel natürlich jetzt. Preis. Easy. Finde ich mega geil. Der Preis. Es ist günstig. Du hast viele Portionen dabei. Der Versand ist auch gut. Versuch uns. So klein wie möglich zu verpacken quasi. Und umweltfreundlich. In der Stoff für zwei von drei. Könnte ein bisschen mehr Koffein für mich drin sein. Und muss sagen. Der Zucker ist bei Holy Energy viel deutlich weniger. Da kann man vielleicht nicht dran arbeiten. Vielleicht. Weiß nicht. Ob das an den Sorten von der Sorte liegt. Und Design. Ja. Ich finde. Die Sorte ist extrem geil designt. Wenn mehr sollten kommen. Natürlich. Werden auch getestet. Geschmack drei von vier. Ich finde. Sehr guter Geschmack von Wassermelode und Erdbeer. Vielleicht geht es noch ein Ticken besser. Ich weiß nicht. Deswegen drei von vier. Und. Social Media. Webseite. Wenn man folgt den Leuten. Die man sponsert. Oder Partnerschaft hat. Finde ich nice. Kommen regelmäßig. Stories. Angebote. Top. Deswegen. Ne 2. Punkte 13. Damit auf Platz 1. Der Rangliste momentan. Und dann zu sagen. AIMBRO. Wollte testen. Habe ich auch nur einen Ticken auch da. Aber. Die gibt es gar nicht mehr. Ich finde die nur um so mehr. Haben sie mir gerade nicht verkaufen von denen. Die Webseite offline von denen. Deswegen. Habe ich die mal außen vor gelassen. AIMBRO. Aber. Damit ist erstmal. Sweet on. Platz 1. In der Rangliste. Gefolgt. Von Holy. Und von. Loot. In. Will. Äh. Äh. AST. 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 So. Als nächstes kommt eine Marke. Die man eigentlich kennt. Von verschiedenen. YouTubern. Ich bin gespannt. Welche Sachen ich nehmen werde. Scheint. Natürlich kurzfristig. Leute. Lasst gerne ein Like. Und Abo da. Abonniere gerne Leute auf. Auf. Den. Von denen hier. Freut mich gerne. Auf Twitter. Instagram. Neue Updates. Dazu noch. Abonniere diesen Kanal. Aktiv die Glocke. Und like das Video. Und gern teilt das. Die Videos sind extrem aufwendig. Auch was ich den ganzen Tag trat. In so einem Video. Mit schnitt zusammen. Und rendern. Kommt gerne auf den Discord. Wir können gerne zusammen. Und zocken. Ja. Das war es eigentlich. Auch schon von mir. Mehr gibt es glaube ich nicht. Außer. Euch einen schönen Tag. Und. Ciao.